So, eigentlich wollte ich ja heute gar nicht aufnehmen, aber da kommt man aus seiner Hütte gelaufen und sieht plötzlich direkt vor der Haustür quasi eine Crashzeit. Und schon spawnen die Zombies. Aua, aua, aua. Das finde ich ja echt sehr kurios. Ups, und jetzt kommt sie angerannt. So ein Scheiß. Ah. Ah! Verflucht nochmal! Ich hätte wohl nicht so laut ballern sollen. Ach, verflucht! Ach, heute stelle ich mich auch an wie der letzte Mensch hier. Erstmal verbinden. Verfluchter Mist. So. Schleichen wir uns mal hier raus. Jetzt renne ich immer weiter mit von der blöden Crashzeit. Verflucht! Ah, kann ich hier auf den Felsen rauffahren? Jetzt müsst ihr da gehen, oder? Und weg mit dir! Boah, können die vielleicht mal weniger? Das kann ja wohl nicht sein. Okay, machen wir es eben so. Von hier oben. Zack! Erledigt! Keine Bots, nur Zombies bisher! Hey, fällst du mal um? Das ist ja wohl lächerlich, oder? Wo sind die anderen denn? Boah, ich sehe hier immer noch nichts. Grafik. Ach so, Gamma hoch. Jetzt. Ah, da sind sie. Zack! Einmal weg und... Zack! Zwei mal weg. Zwei mal weg. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Na. Ach, den lassen wir mal da rumkriechen. Wir schleichen uns jetzt mal an die... Oh, jetzt wurde es hell. An die Absturzstelle. Ey, sowas habe ich so echt noch nie erlebt. Direkt vor der Tür. Ach. Okay, dann müssen wir eben den... ...langen Weg, Umweg nehmen. Wenn ich jetzt ballere, habe ich die gleich wieder alleine backe. Also... Gehen wir hier lang. Und schauen uns das gleich mal an. In der Hoffnung, dass nicht gleich wieder ein Dutzend Zombies spawnt. Oh, da sind ja achte rausgekommen jetzt hier. Und leider habe ich schon feststellen müssen, die spawnen nach. Also ist nicht so, wenn man die erledigt hat, dass man dann deine Ruhe hat oder nein. Da kommen welche nach. Aber im Moment sieht es gut aus. Wollen wir noch mal schauen, was wir da... ...schön das haben. Okay. Was haben wir da? Moment erstmal. Oh, jetzt wird es so hell. Jetzt sehe ich wieder nichts. Grafik oder normal. Zack. So. So. Ähm. So. Hier ist nichts, wie es aussieht. Dann haben wir hier. Morphium. Na gut. Kann man auf jeden Fall immer mal gebrauchen. Aber deswegen bin ich ja eigentlich hier nicht hergerannt. Na, war da nicht irgendwas? Eine Bison. Eine schallgedämpfte Waffe ist natürlich immer gut. Was haben wir hier noch? Noch eine. Und ein PDA. Habe ich noch Platz für die Bison? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Nö. Aber wir haben ja eigentlich auch eine. Ist ja interessant. So. Haben wir hier noch was. Ne. Das war halt. Nicht schlecht. Tatsächlich hier eine Crash-Site direkt vor der Haustür. So was habe ich noch nie gehabt. Sehr interessant. Muss ich mir nochmal angucken. Ich finde es ja fast unglaublich. Und hier sind zum Glück diesmal keine Zombies nachgespawnt. Faszinierend. Gut. Na denn. Ist sowieso gleich Server-Neustart. Dann werden wir mal zum Hütchen zurückkehren. Aber ich denke mal das was ich hier machen wollte ist eh nicht so wahnsinnig interessant. Zumindest nicht zum Zuschauen. Halt so ein bisschen Standard-Looten. Mir fehlt halt ein bisschen Zeugs. Und das werden wir mal machen. Aber vorher. Ja verflucht. Wo bringe ich jetzt die Waffe unter? Ah. Gut. Naja das werde ich mir dann anschauen. Dann sage ich erstmal tschüss. Ah.